hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video das norma prospekt ist draußen all die hat uns ja so ein bisschen schockstarre versetzt lidl hat sich in grenzen gehalten das ging noch aber norma schießt den vogel ab also wirklich ja wir gehen direkt in das prospekt rein hier ist das gute stück ich bin hier in meinem schneidprogramm ich habe die alten preise mit dazu geschrieben ja wir gehen direkt in das prospekt und zwar sieht man hier das erste was mir auffällt ist hier 50 prozent von der ersten seite da sind nur zwei artikel zu sehen das hat auch einen bestimmten grund hier 33 raketen für 30 euro das ist das metal rockets reloaded hat sich im preis nicht verändern rocket rallye 25 raketen für 20 euro hat sich im preis auch nicht verändert ich nehme es vorweg von jetzt an geht es nur noch bergab die könnt ihr euch getrost mit einpacken also wenn ihr norma in der nähe habt geht da rein und kauft diese beiden raketen sets wenn ihr raketen fans seid wir haben hier das extended family 18 teilig 20 euro und das jewels of fire 15 teilig 15 raketen für 20 euro die haben beide vorher gekostet 15 euro und kosten jetzt beide 20 euro 5 euro das ist eine neuheit 11 schuss 17 euro alter das ist echt hart ich meine hat das wenigstens 30 millimeter 11 schuss für 17 euro das ist schon echter hammer hier steht keine millimeterzahl könnte ich glaube das sind 30 millimeter was anderes kommt gar nicht in frage ja teurer als agento 13 schüsse outlaw sie outlaw hatte gekostet 7 euro kostet jetzt 10 euro keep it real das sind so drei fontänen ähnlich wie pegasus hatten vorher gekostet 10 euro und die kosten jetzt einfach bei knackige 15 euro fünf euro pro fontäne weiter 5 kugelkopf raketen für 10 euro das stück für zwei euro vorheriger preis 7 euro 50 champ edition hatte gekostet 10 euro war mit so ein preiskracher also ein ganz tolles familie sortiment aber auch das ist um 5 euro teurer geworden kostet jetzt 15 euro metal head raketen das sind neun raketen für 10 euro das sind richtig gute raketen hätte man sich gut gönnen können aber die kosten auch die kosten jetzt fünf euro mehr hat nämlich 15 euro extail rockets haben gekostet 8 euro kosten jetzt 10 euro supreme double shots hatten vorher gekostet 5 euro kosten jetzt 7 euro das sind diese donnerwörter die gibt es auch beim lidl da sind die günstiger ich glaube 599 bin mir nicht ganz sicher da spart ihr auf jeden fall 1 euro wenn ihr zum lidl geht selbst so eine speed thunder so eine 200 schuss kometen rolle hier ist teurer gewonnen hatte gekostet 8 euro kostet jetzt einfach mal 10 euro für ein kometen standfuß supreme shots 6 euro ist eine neuheit anscheinend dazu also im letzten jahr gab sie nicht drei stück 6 euro da würde ich eher zum aldi gehen oder zum lidl da kosten die glaube ich 3,99 wenn ich mich recht erinnere ich glaube beim lidl kosten die 3,99 euro holt euch die lieber dort spart ihr 2 euro mystical night ist so ein fontaine set elfteilig kostet 23 euro auch das ist um 3 euro teurer geworden hatte vorher kostet 20 euro unicorn fountain hatte gekostet 3 euro kostet jetzt 4 euro unicorn zart ist im preis gleich geblieben 10 euro bleibt aber ja viel teurer kann man die auch nicht machen ehrlich gesagt ich meine das ist ja egal unicorn feier von 6 euro rauf auf 7 euro 25 schuss batterie funky fountain von 3 euro rauf auf 4 euro crazy crackler von 3 euro rauf auf 4 euro die crackling bälle von 5 auf 6 euro 6 stück also das stück 1 euro alter beim center shop gibt es diese leslies da sind 27 knatter bälle drin für 15 euro center shop prospekt gibt es noch nicht mal gucken was die da kosten aber ja ein crackling bald 1 euro katana das böller sortiment 5 euro hatte vorher kostet 4 weiter geht's schwester pyro 9 euro rauf auf 10 euro ich nehme es vorweg die doktor pyro gibt es nicht mehr ist nicht dabei der ist 1 euro teurer für 1 euro ist die ihr geld noch wert aber hier die metal shots 150 schuss 60 euro hat im letzten jahr noch gekostet 40 euro 20 euro drauf troll hunter ist neu sie macht sich effekte 15 euro dann haben wir hier die birds of fire 16 schuss 5 euro ist eine neuheit wir haben hier die melphistus feier auch 16 schuss kostet 6 euro hatte vorher gekostet 4 euro dann haben wir hier noch eine neuheit dann haben wir hier noch eine neuheit dann haben wir hier noch eine neuheit das ist die fire sparrows ich habe hier zwei hingemacht weil das pfeil da war und man die zahl nicht erkennen konnte kostet 25 euro planet pyro 54 schuss 13 euro hatte vorher gekostet ein 10er die magic von 3 euro rauf auf 4 euro einen neuen schuss billig batterie für 4 euro suite 16 16 schuss 4 euro ich finde es ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht dass es hier so billig batterien gibt 1 2 3 4 billig batterien sind aber alle teurer geworden hier wir zwei neuheiten hier zwei neuheiten birds of fire und suite 16 und die alt bewährten mephistus feier und die magic magic dann gibt es hier die taskforce von 5 euro rauf auf 6 euro dann gibt es hier raiders in the sky von 28 euro rauf auf 35 euro 7 euro aufschlag burning crown dazu habe ich nichts gefunden scheint in neuheit zu sein 10 schuss 15 euro und die hat 30 mm man kriegt agento 13 schüsse mit 30 mm kaliber zum selben preis und hier sind einfach mal drei schuss weniger und kosten 15 euro ja weiter cobo charger 10 euro mehr als eine feuer von 25 euro rauf auf 35 euro peacemaker 10 euro aufschlag von 60 euro rauf auf 70 euro falls auch titans scheint eine neuheit zu sein kostet 60 euro pyro boot von 80 euro rauf auf 100 euro the boss von 20 euro rauf auf 25 euro monster blaze von 25 euro rauf auf 30 euro 5 euro mehr 5 euro mehr 5 euro mehr 20 euro mehr 10 euro mehr monster burner 5 euro teurer von 20 euro rauf auf 25 euro fire rider scheint eine neuheit zu sein ist ein verbund 68 schuss 40 euro wir haben es geschafft es ist ein neues level erreicht worden eine 500 gramm diskounter batterie für 40 euro 40 euro 40 euro eine 500 gramm batterie letzte artikel 360 grad entferne von 30 euro rauf auf 40 euro also ja das war das normal prospekt alles ist teurer geworden man kann nur noch diese zwei raketen sets kaufen die man am anfang gesehen hat und mehr gibt es da nicht das war es zwei artikel gönnt euch wir sehen uns beim nächsten prospekt ciau It's 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 It's